Willkommen meine Freunde von Fettspielen zu einem neuen Let's Play Mobile hier auf unserem Fettspielen YouTube Channel. Ich bin Tim und ich spiele für euch Your Turn Soccer. So, was können wir hier machen? Hier können unten links die Musik an- und ausschalten. Wir können hier auf Informationen gehen, sehen etwas über den Entwickler, können auch wieder dann zurückgehen. Hier auf die Herzen, hier können wir etwas spenden, um die Werbung zu entfernen oder das Spiel bewerten. Als nächstes können wir das Spiel auch über Social Media verbreiten, ob es Twitter, Dropbox, Facebook oder auch Google ist. Dann können wir hier unsere Rangliste angucken, da sehen wir dann auch was. Und hier unten rechts können wir das Spiel starten. Es ist quasi eine Art Tippkick. Wir müssen den Ball in das Tor rechts bekommen, können dafür diese zwei blauen Steine bewegen. Und dann müssen wir immer auf Play drücken. Jetzt schauen wir mal, was passiert. Gucken wir mal hier, da haben wir uns gut durchgesetzt. Machen hier mal auch direkt einen Schuss. Ja, das ist gut, das ist gut. Ich würde sagen, wir ziehen jetzt mal direkt aufs Tor. Oh, das hat nicht geklappt. Jetzt kommt mal er hier von hinten und passt erstmal hier. Das reicht noch nicht. Da werden wir den Pressschlag simulieren. Tja, das war zu viel. Dann kommen wir schon zur zweiten Möglichkeit. Okay, wie machen wir das besser? Ich glaube einfach, wir müssen so ein bisschen nur kicken. So und so. Ja, jetzt hat der nämlich hier den Fehler gemacht. Hat sich vor uns gestellt. Jetzt spielen wir den runter erstmal. Ja, das macht er natürlich auch. Aber wenn wir denn jetzt hier gerade gehen. Okay. Es ist nicht sonderlich einfach, muss ich sagen, hier den Ball im Tor zu versenken. Wir stoßen jetzt mal ihn hier weg. Das geht mir nämlich echt auf den Geier. Genau. Das hat nicht geklappt. Also, ich habe noch nicht das richtige Rezept gefunden. Vielleicht könnt ihr mir auch mal auf YouTube schreiben, wie ich das hier lösen sollte. Ich gehe jetzt hier lang. Was mache ich denn hier am besten? Ich würde sagen, wir hauen mal den Gegner weg, bevor ich irgendwas mache. Zack. So und jetzt kriegt es dieser Gegner hier mit mir zu tun. Und er spielt jetzt mal nach unten, um in Sicherheit zu kommen. Genau. Und jetzt hauen wir ihn hier weg und spielen den Ball nochmal ein Stückchen nach unten. So, haben jetzt hier ein bisschen mehr Platz. Jetzt meldet sich hier mein Tablet scheinbar. Machen das hier. Nein, das war nicht so gut. Und das ist, wenn wir ihn jetzt hier noch komplett reinhauen. Das unterscheidet dann auch nichts mehr. Ja, das haben wir nicht geschafft. Kein Gegner gefunden. Alles klar. Also, wir haben jetzt noch keinen Gegner gefunden. Aber ihr seht schon mal, wie das Spiel funktioniert. Wir machen einfach mal noch eine Runde. Vielleicht finden wir diesmal einen Gegner. Spiel den Ball direkt mal hier unten in den leeren Raum. Nein, ich möchte noch nicht. Wir blocken hier ab und gehen hier auch direkt auf Konfrontation. Sind jetzt auch schon kurz vorm Tor. Werden hier in diesen Raum gehen. Auch noch hier runter und gucken, ob was passiert. Nein, es ist leider nichts passiert. Hier in den Raum. Der Spieler wird diese beiden hier blocken. Haut sie in den Raum. Jetzt gehen wir hier unten rein. Machen das. Nein, 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 nein. Aha. So. Genau. Jetzt haben wir mal freie Bahn. Jetzt hauen wir diesen hier. Nein. Den hauen wir so aus dem Weg. Und spielen unseren Ball so an. Na, das hat noch nicht gereicht. Wir gehen hier in den Raum. Schießen diesen mal weg. Jetzt können wir in den Raum gehen. Jetzt gehen wir komplett hier auf Konfrontation und haben leider einen Pressschlag. Damit können wir nichts anfangen. Dann fangen wir nochmal von vorne an. Wir spielen den Ball quer. Gehen hier oben auch quer. Der Ball kommt in die Mitte. Jetzt könnte die Chance da sein. Wir spielen den Ball hier an. Und er kommt Richtung Tor. Jetzt gehen wir hier runter und schießen. Ja, komm. Jetzt geht es los. Nein. Und dann ist ein Pressschlag. Das hat leider nicht gereicht, um hier zu gewinnen. Jetzt werden wir direkt im nächsten Versuch nochmal versuchen, den Ball ins Tor unterzukriegen. Wir drücken auf Play. Da passiert nichts. Wir gehen hier runter an die Bande. Versuchen den Ball da nochmal zu erwischen. Leider ist der Ball jetzt schon fast im Aus. Wir versuchen unseren Gegner hier abzudrängen. Der Ball spielt über die Bande. Jetzt werden wir einen Bandenschuss riskieren. Hier unten in den freien Raum rücken. Jawohl. Jetzt geht es hier. Wir senden unseren Spieler hier. Machen einen leichten Pass hier vor. Jetzt sind wir hier 2 gegen 2. Ganz eng das Spiel. Ganz eng das Spiel. Laufen hier mit, um den Ball zu erwischen. Aber leider nur ein Pressschlag. Jetzt sind wir doch sehr weit entfernt von dem Ball. Kriegen nochmal die Chance. Gehen hier vor. Werden über Kreuz spielen. Genau. Der Pressschlag. Hier gehen wir runter. Hier blocken wir den oberen Spieler. Genau. Hier gehen wir rein. Jetzt über rechts. Leider hat das auch nicht geklappt. Wir haben jetzt auch noch keinen Gegner gefunden. Aber ich glaube, ihr habt schon mal einen ersten Eindruck von diesem Spiel bekommen. Und gegen eure Freunde könnt ihr das auf jeden Fall mal zocken. Ladet es euch runter auf Google Play. Das war YourTornZocker. Und ich bin Tim. Und ich bin raus aus diesem Let's Play Mobile von unserem Fettspielen YouTube Channel. Auf Wiedersehen. Das war YourTornZocker.